Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Injustice Runde 2 mit mir, mit dem Dragan Dash wieder dabei, genau, und wir machen natürlich gleich wieder ein Versus-Spiel, und was für Charaktere nehmen wir dieses Mal? Ich hab keinen Plan, ich glaube ich nehme mal wieder eine Frau am Anfang, und zwar, die hatte ich noch nie hier, hattest du die schon? Äh, nein, aber es soll nicht schlecht sein. Okay, dann nehme ich die mal, Hawkgirl. Ich probiere es nochmal mit Killer Frost. Okay, und welche Map nehmen wir? Ich glaube, da haben wir noch nie drauf gespielt. Nee, die haben wir noch nicht gehabt. Okay, Ferris Aircraft, keine Ahnung, meine Ultra-Englisch-Kenntnisse wieder. Ja, und du musst dich zurückkämpfen. Ja, genau, stimmt, die erste Runde habe ich brutal verloren. 4 zu 0 für Dragan, da habe ich so abgelost, oh cool. Hauptsache, wie der super auftritt. Zu kalt, mein Freund. Okay, ich versuche wirklich die erste Runde zu gewinnen. Ich schaff's eh nicht. Boah, hei ja! Das fängt ja gut an. Ich habe einen Morgenstern, das ist schon ein Morgenstern, oder? Bin ich überfragt? Ich glaube schon. Das ist wohl, dass ich dich voll cool überrasche. So, dass es nicht klappt. Au. Lass mich in Ruhe, ey. Ja. Hey, jo. Au. Okay, ich war weg. Mach doch dich super, Taggi. Nein. Du geflügeltes Hühnchen. Ey. Zieh dir meinen Balken weg. Ja. Ich glaube, ich krieg Prügel. Oh. Oh, ich glaube, es tut weh. Etwas, etwas. Oh, nein! Oh, nein! Uuuh! Aua! Oh, nein! Oh, nein! Da kommt doch mal eins. Hm, Viertelbalken. Aua! Ich bleibe liege. Ich bleibe sitzen, mir reicht's. Ach du scheiße. Ach du scheiße. Ich hab grad' ich hab' ne Artagic gemacht. Bam! Oh, ich hab' noch mehr Flasche. Hahaha! Noi! Eieaa! Mit Flaschen macht wo ich weg? Ach so, du bist tot! Das habe ich geil mitkriegt! Heu! Und bin ich jetzt auch mal endlich Level 5! Oh mein Gott! Haha, yeah! Level up! Woah, ich hab gewohnt, ich glaub's geil! Oh mein Gott! Ich bin grad so happy! Wir haben noch drei Runden! Oh nein! Das wird was! Okay! Neuer Kämpfer wählen! Ich nehm wirklich Personen, die ich wirklich noch geil gehabt hab! Also wirklich komplett neu! So! Wen hatte ich noch gar nicht, diesen Kapuzen Gangster hier? Green Arrow! Auf der Gegners Seite! Wen hatte ich da noch nicht? Ha! Lex Luthor! Oh nein! Was ist das für ein brutaler Cyborg? Den hat er schon, gell? Nein! Beim Training, gell? Beim Training, gell? Ich glaub ich ihn auch... Ich hab ihn vorhin auch gegen dich eingesetzt! Ja stimmt! Der da! Den Himmel und Guide Kid, gell? Nein! Der Cyborg! Und vor allem! Ich hab keinen Cyborg! Das ist Lex Luthor! Der Gegenspieler von Superman! Ah! Okay! Welche Map nehmen wir? Hm... Wo war immer noch geil drauf gespielt? Strikers Island! Aufstand glaub ich, haben wir noch nicht gehabt! Aufstand, genau! Die Maps sind richtig geil! Ich find's auch geil, dass man so richtig geil mit den Maps interagieren kann! Ja, das nervt noch ein bisschen! Wenn du der Gegner bist und immer nur alles abkriegst! Das stimmt! Ja! Wir sind immer ein bisschen verpeilt, wenn wir grad zocken und nebenher reden, da kommt immer die größte Scheiße dabei raus! Ich weiß auch nicht! Wenn man so konzentriert ist und entweder spricht man gut oder man spielt scheiße oder man spielt gut und spricht scheiße! Also es ist irgendwie... Ich komme aus der Zukunft! Ja, ich seh deine Hand! Ich glaub du kommst auch zur Zukunft! Muss ich die Welt an meine Überlegenheit erinnern? Ja! Oh! Wie kosmisch du eigentlich? Ach du Scheiße! Okay! Ganz ruhig! Da wackelt die Bildschirme im Hintergrund! Hör zu hoch! Es ist ziemlich langsam! Wer? Deiner? Hallo! Was war das jetzt? Was war das? Lol! Au! Komm hierher! Was? Geiler Scheiß! Au! Au! Ich komme nicht mehr weg! So! Ich bleib liegen! Okay, ich steh auf! Au! Lass mich! Ich komme nicht mehr raus! Au! Hehehe! Geblockt! Ach du Scheiße! Fuck! Ja! Au! Ja, das war jetzt irgendwie ein Schlag für dich! Ich fühle mich gerade leicht vergewaltigt! Sag mal so! Au! Du musst dich wehren! Ich bin so schlecht! Ich kann irgendwie grad gar nichts! Oh! Das war nice! Ja, mein erster Balken ist endlich mal weg! Hehehe! 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 Das erinnert mich grad irgendwie an Iron Man 2 oder Iron Man 1 war's glaub ich! Wo der Iron Man gegen diesen riesen Panzerlack gekämpft hat! Hehehe! Das ist grad irgendwie voll so! Oh, ich bin gleich tot! Oh nein! Special Attacke! Oh nein, bitte nicht! Oh doch! Oh! Hehehe! Bulw! F***! Eins zu eins! Eins zu eins! Es wird schon wieder knapp, Leute! Hehehe! Hehehe! Ich bin sehr groß! Ach geil! Hehehe! Hehehe! Kämpfen wir nochmal! Hehehe! So! Kannst gern mein Anzug haben! Hehehe! Ich glaube der qualmt ziemlich stark! Ja, neuer Kampf! Ein bisschen! Ein bisschen! Ich glaube ich muss wirklich mit Frau spielen! oder ich bin mit Frau besser als mit Männer. Kann das sein? Nein. Okay. Wen hatte ich noch gar nicht? Ich nehme jetzt mal den Joker. Ich will wissen, wie der ist. Dieser, dieser, wie heißt der? Night, was? Nightwing. Nightwing. Hört sich interessant an. Ja. Sieht auch interessant aus. Ähm, ich glaube mir hin, Wachtturm noch, Guide Kit. Nehmen wir einfach mal Wachtturm. Das kommt mir irgendwie neu vor. Und das ganz rechts unten, glaube ich, auch noch, Guide Kit. Dieses Wain. Ja, wir hatten es nur beim normalen Tag, in der Nacht noch nicht. Ja. Der letzte Treffer muss dein heftigster Angriff sein. Ich will das Match gewinnt. Coole Herausforderung. Übrigens nicht wundervoll, falls ab und zu mal unsere Stühle quietschen sollten. Die sind nicht mehr auf dem neuen Stand. Achtung, Joe, der sieht nicht mehr aus. Du bist nicht mehr aus. Alter. Ich habe Leuchtstäbe, okay? Ich bin im Balletro. Okay. Boah. Geh weg. Geh weg. Hi-yo. Jetzt gibt es doch nicht. Ja, cool. Meine zwei Städte sind so ein stark geworden. Das gibt es doch nicht. Das ist das, dass Coldplay-Gruppig total einfach zu spielen. Was? Nice. Halt! Halt! Hey! mit dem Knie in die Fresse. Das tut immer gut. Ich schlage dich aus Liebe. Nein. Da ist ein Globus. Ja toll. Das war mir doch richtig geil. Warte. Der war geil. Der war nicht schlecht. Ah. Fuck schon mal weiter. Die Show ist vorbei. Es geht erst gerade los. Oh. Klappt nicht doch mal. Ich finde das so geil. Typisch nicht so mein Fall. Also der Kämpfer ist der Charakter dieser. Wie heißt er noch mal? Nightwing. Das ist nicht so mein Fall. Also es gibt auf jeden Fall bessere, finde ich jetzt. Oh nein. Hatschot. Oh. Der kommt noch. Geh weg. Au. Ich will auch noch einen Super-Tag gemacht. Hatschot. 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 Knopf weggeflogen. Das S steht für Salatgurke. Oh, bleib auf die Fresse. Was macht der? Komm schon, Superman. Du hast mehr drauf. Oh. Das geht's nicht. In der Tat. Oh, das war gerade ein leichter Kombo. Scheinlich geübt mit Superman. Oh, fuck. Boah, dieses Seil. Noll. So, nur Agro. Ach, du Scheiß. Das war ja klar. Lachst du mich etwa aus? Lachst du mich etwa aus? Bam. Ja, über drei. Über drei. Und dann nur so ein kleiner Krater. Ich habe mich geschützt. Ich fühle mich gerade leicht verarscht. Ja, ich bin wütend. Ich bin unbedingt mein Unentschieden. Äh, mein Sieg meine ich. Auf. Ja. Ja. Ja, bloß zum Wohlauflauf. Au. Versuch's nochmal. Wow, ich habe da ein Bein weggetrunken, weil ich fast beide gebraucht habe. Ja, shit. Holy shit. Ja, ich bin unbedingt. Ja, ich bin unbedingt. Ja, ich bin unbedingt. Oh, shit. Ganz knapp. Okay, was heißt ganz knapp? Oh, shit. Auf, auf. Auf und davon. Auf, auf. Oh, jetzt bin ich auch mal Level 6. Hallo, leck mich fett. Bin immer noch 7. Okay, ich habe gewonnen. 3 zu 1. Oh, mein Gott. Ein Wunder. Okay, zurück ins Menü. Aber schnell. Ah. Ich glaube, ich muss wieder meine... Orger nehmen. Ich glaube, die Vermutung habe ich auch. Oh Mann, ich freue mich schon auf die nächste Runde. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich hoffe, wir sehen uns in Runde 3. Bis dann. Ciao. Ciao.